Versuch Nummer 5 Peace Leute, was geht ab? Nico wieder am Start Und zwar, ihr habt es gerade vielleicht schon gehört Ich habe jetzt 5 Versuche gebraucht Um diese Ansage zu machen Weil mein Speicher voll war Ich habe gerade erstmal kurz ein paar Sachen deinstalliert Also Ich werde jetzt im Moment leider wenig Videos Videos aufnehmen können Jetzt bis weiter die deutsche Sprache am Start Ich werde leider im Moment wenig Videos Aufnehmen können, weil Ich bin halt umgezogen Und Ja Ich weiß, ich war nicht bei der Friseur, das ist ein Kumpel gewesen Und Das heißt, meine ganzen Tische sind noch nicht da Meine Sachen sind noch nicht da Ich wohne jetzt auch nicht ganz alleine Ich wohne jetzt in einem betroffenen Wohnen Und Ja Also ich versuche jetzt auch noch mehr Videos aufzunehmen Das heißt, wir werden uns Öfter mal an der freien Natur befinden Beim Downhill fahren Beim Picknicken vielleicht Beim Schwimmen gehen Werde ich mir extra noch ein GoPro kaufen Und so Und all den Karten Ich werde versuchen, dass ich meine Videos mal mit Facecam aufnehme Also das heißt also auf gut Deutsch, dass ich versuche jetzt Weiß nicht Let's Plays mit Facecams zu machen oder so Das Problem ist Ich habe zwar schon Ich habe ja auch ein paar Videos aufgenommen Und ich habe aber leider Also ich habe immer wieder neue Mods gefunden Mittlerweile ist es tatsächlich so Ich brauche keine neuen Mods Ich werde mich Ich werde jetzt auch Ähm Keine Mods mehr hinzufügen Und da meldet man gerade mein Handy, dass mein Akku schwach ist Ich habe nur noch 15% Akku Nice Und ja Ähm Wie gesagt Ich werde versuchen Downhill Picknick oder sowas Lost Places Und all den ganzen Kack Ich gehe gerade sogar noch rote Ampel Kinder macht das niemals nach Ähm Irgendwie Ja Okay Also jetzt wirklich Ich habe gerade keine Zeit Ich muss jetzt nach Hause Weil ich habe mein Kumpel gebannt Ich hatte kein Ladekabel mit Und jetzt habe ich jetzt nur 15% Akku Und ähm Wir haben es gerade übrigens 17.30 Uhr ungefähr Ungefähr Und Das könnte auch Ein Ausschlaggegender Grund Für meine Aussprache sein Pass auf Passt auf Ihr könnt Unter jedem der Videos kommentieren Das wisst ihr ja Und wenn ihr in dem nächsten Video Gegrüßt werden wollt Dann würde ich sagen Ihr abonniert mich Klickt die Glocke an Und schreibt Hashtag Glocke Aktiv Somit könnt ihr in meinem nächsten Video Gegrüßt werden Ich werde dann einfach mal So ein paar Lose ziehen Sag ich jetzt mal Dann schreibe ich Äh Nehme ich mit dem Namen raus Schreibe Äh Sag dann in dem nächsten Video Halt ein wenig Grüße Und ja Es ist wirklich verdammt warm hier Und Ja Ich bin jetzt gerade Kurz Also ich bin jetzt gleich zu Hause Und ich bin Ja ich war gerade unterwegs Habt ihr ja gerade schon mitgekriegt Ich hab beim Kumpel übernachtet Ich bin gestern Abend einfach eingeschlafen da Weil ich war wirklich todmüde Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen Weil ich die ganze Zeit am vorproduzieren war Ich war die ganze Zeit am gucken Aufnahmeprogramm und sonst da was Und ähm Ja ich werde halt versuchen mit Facecam zu arbeiten Ich werde mir viel neues Equipment holen Dann werdet ihr mich auf Gamescom antreffen können Was so viel heißt wie Ich werde dieses Jahr auf Gamescom sein Gamescom 2019 Werd da mal ein, zwei Videos vielleicht auch aufnehmen Ich selber war da tatsächlich noch nie Aber ihr werdet mich da antreffen können Sofern ihr Mich schon mal gesehen habt In einem meiner Vorstellungsvideos Dann hab ich gesehen Ihr habt tatsächlich Auf eines meiner Videos glaube ich 72 Klicks erreicht Das ist schon enorm Weil ich hätte sowas tatsächlich nicht erwartet Und dann ist es halt so Ich hab zwar ein paar neue Maps angefangen Habt ihr auch gerade mitgekriegt vielleicht Wenn ich das schon gesagt hab Und nicht gerade dabei war Wieder speicherfrei zu machen Ähm Ich musste leider eine neue Let's Play Map machen Weil mein Ähm Ich hab ein paar Mods hinzugefügt Unter anderem glaube ich Die Obsidian Utilius Mod Heißt also Dass wir Jetzt Obsidian Sachen craften können Obsidian Spitzhacken und sowas Rüstung und sowas Ähm Rubin Mod Ganz klar Backpacks Damit wir Rückdecke erstellen können Und vieles weiteres Lasst euch einfach überraschen Und ähm Oh meine Haare sind mal wieder Katastrophe Das ist echt katastrophal heute Und ja ich werde gleich zu Hause sein Und Wie gesagt Im nächsten Video grüße ich euch Solange ihr mich abonniert habt Glocke aktiv Und Hashtag Glocke aktiv Geschrieben habt So Ich würde sagen Wir sehen uns Und denkt dran Leute Bleibt immer mit Skill Und deswegen Nimmt man mich auch Skillherd Let's Play Und ja Führt das Leben Immer mit Skill Cool husband who we 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 Vielen Dank.